Heute machen wir eine Radtour ins Unterland. Wir starten in Neibberg. Neibberg ist ein Stadtteil von Brackenheim. Die Burg befindet sich heute noch im Besitz der Grafen von Neibberg. Ein Vorfahrt der heutigen Grafen hat die zweite Gemahlin von Napoleon I, Marie Luise, geheiratet. Sie hat ihm in Parma ein schönes Grabmal gesetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Auf dem Weg nach Haberschlacht Musik 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 Musik